Kein Bock mehr auf körperliche Arbeit. Gibt es noch gute Bewerber in der Industrie? Wir sprechen täglich mit Dutzenden. Allein in den letzten Jahren haben wir mit tausenden Unternehmen aus dem Industriebereich gesprochen. Und da kommt oft, vor allem im Bereich Recruiting, die Annahme, dass es immer schwieriger wird, Fachkräfte zu finden. Wir haben ja offensichtlich, sage ich mal, auch einen Fachkräftemangel. Aber es gibt oft auch die Annahme, dass vor allem junge Leute nicht mehr handwerklich arbeiten möchten. Die gehen alle in Berufe, wo sie vielleicht sarkastisch gesehen eine Viertagewoche haben, am Schreibtisch sitzen können und nicht mehr länger schichten müssen oder vor einer Maschine stehen, allgemein in der Produktion, im Handwerk arbeiten müssen. Und ja, in diesem Video gehen wir der Sache auf den Grund, schauen, ob das wirklich noch so ist und vor allem, was sie tun können, damit sie eben trotzdem noch Fachkräfte, auch junge Fachkräfte, eben für ihre offenen Stellen da gewinnen können. Auch die passenden Bewerber nochmal finden. Fangen wir vielleicht allgemein mit der Frage an, ist denn diese Annahme korrekt? Da kann ich Ihnen natürlich die kurz und knapp beantworten, nein, natürlich unter dem Aspekt, dass es sich in den letzten Jahren, was das Thema Recruiting, Bewerbermanagement, was das Thema Fachkräfte im Allgemeinen angeht, hat sich natürlich vieles verändert. Vieles ist professioneller geworden, vieles ist digitaler geworden. Heutzutage recherchieren junge Leute halt nicht mehr auf Zeitungen oder lassen sich irgendwie leicht über eine Empfehlung vielleicht von den Mitarbeitern beeindrucken, sondern sind halt heute auch in der Lage, selber, sage ich mal, nach bestimmten Jobs zu suchen, wissen selber, was sie gerne machen möchten, beziehungsweise informieren sich halt gerne übers Internet. Und deswegen ist es halt heutzutage, um Ihnen allgemein diese Einstellung auch zu geben, umso wichtiger, halt mehr, sage ich mal, im Bereich Recruiting, in der Mitarbeitergewinnung zu investieren, um eben da wirklich Fachkräfte, sei es Azubis, aber auch Bewerber im Generellen zu gewinnen. Jetzt kommen wir vielleicht zu den Punkten, was Sie da allgemein machen können. Fangen wir mit dem ersten Punkt an. Da geht es um das Thema klare Jobbezeichnungen. Das bedeutet, es reicht nicht mehr länger aus, so einen 0815-Standardtext auf die Homepage mal zu klatschen oder vielleicht in einem Flyer irgendwie in der Zeitung, sondern es muss vor allem klar definiert sein, was ein Bewerber auch bei Ihnen bekommt. Das bedeutet, von den Vorteilen her, was eben der Arbeitsalltag ist, wie das Ganze aussieht. Wie vielleicht das auch mit Bildern einfach nochmal zu verbildlichen, zu zeigen, hey, so sieht ein Alltag hier an der CNC-Maschine aus, in der Instandhaltung, in der Montage, was ist so ein grundsätzlicher Ablauf, auch in der Ausbildung mal zu erklären mit Videos, wie das Ganze auch aussieht. Und dann eben klar zu kommunizieren, was eben die Jobbezeichnung ausmacht und was die wesentlichen Vorteile sind. Kommen wir dann zu dem zweiten Thema. Da geht es darum, dass Sie auch online eben Jobbörsen nutzen. Das bedeutet, dass Sie anfangen, nicht nur eben in Zeitungen oder auch wirklich noch über Empfehlungen das Ganze zu setzen, sondern heutzutage auch anfangen, Online-Sachen zu platzieren. Angefangen, sage ich mal, über die Jobbörsen. Das bedeutet, klare Formulierungen auf den gängigen Jobbörsen, sei es Indeed, Stepzone, jeder, der ja irgendwie über Google hier nach einer Ausbildungsplatz sucht oder eben auch nach einem Job, wenn er vielleicht unzufrieden ist bei seinem aktuellen Arbeitgeber, googelt ja nach dem Job in der Region, hier Industriemechaniker Stuttgart oder in der ländlichen Region und schaut sich dann die Arbeitgeber ein. Das heißt, Sie sollten dort auch gelistet sein. Sie sollten auf den gängigen Medien einfach präsent sein. Wenn das noch nicht so ist, sollten Sie das auf jeden Fall mal als Thema mitnehmen und angehen. Kommen wir nun zum dritten Aspekt. Da geht es um das Thema Karriereseite optimieren. Sie sollten wirklich auf Ihrer Karriereseite schauen. Also Karriereseite meine ich nicht nur, dass dort die Stellenanzeigen aufgeploppt kommen und dann der Text halt unschlüssig formuliert ist, sondern wie bei dem ersten Punkt schon klar die Vorteile kommunizieren, klar zeigen, was Sie als Unternehmen sind. Vor allem Punkte, die eben einem jungen Bewerber auch wichtig sind. Aufstiegschancen, Sicherheit, Weiterbildungsmöglichkeiten, das Thema Gehalt, wie es dort aussieht, was es eben für Prämien gibt. Das sollte alles klar erkenntlich auch auf Ihrer Karriereseite zu finden sein. Und wenn es noch nicht so ist, dann sollten Sie sich halt ein Beispiel an Firmen nehmen, die das bereits handhaben, wie zum Beispiel unsere Kunden oder wir selber auch auf unserer eigenen Karriereseite und sollten es halt auch wirklich, sage ich mal, gezielt dann auch so nachbauen beziehungsweise für sich halt eben in dem Fall definieren und dann auch nutzen. Kommen wir nun zum vierten Punkt. Da geht es um das Thema Mitarbeiterempfehlungsprogramme. Das bedeutet, natürlich ist es nicht mehr so gut, auf Empfehlungen zu hoffen, aber wenn Sie schon Empfehlungen halt ja nutzen oder in den letzten Jahren eben bei Ihrem Mitarbeiterfluktuation oder an sich bei den Bewerbern auch genutzt haben, dann sollten Sie das halt vereinheitlichen. Das bedeutet da auch wirklich ein Empfehlungsprogramm einzuführen, wo jeder Mitarbeiter halt weiß, wenn ich einen Bewerber jetzt hier in die Firma bringe, bekomme ich eine Prämie von so und so viel Euro. Das bringt mir den und den Vorteil. Es wird auch regelmäßig kommuniziert, welche Stellen Sie suchen, dass man sich halt auch proaktiv, sage ich mal, umschauen kann im Netzwerk und dann ist es halt wirklich so, dann werden Sie auch merken, dass die Empfehlungsquote halt auch zunimmt, aber Sie müssen es halt kommunizieren. Das reicht nicht mehr aus, dass man das halt einfach nur irgendwie aushängt in der Firma und dann hofft, dass die Mitarbeiter das halt selber sehen und vielleicht auch keinen, ich sage mal, monetären Vorteil auch davon genießen können, irgendwie Mitarbeiter zu bringen. Kommen wir nun zum fünften Punkt. Da geht es um das Thema, dass Sie auch wirklich anfangen, Social Media zu nutzen. Das bedeutet ja, die gängigen Plattformen Facebook, Instagram, TikTok, alles, was dazugehört, wo sich eben Leute auch tagtäglich ihre Informationen herziehen. Das ist ja nämlich so, dass eben die sozialen Medien mittlerweile die modernen Zeitungen geworden sind. Sie können sich gerne auch Studien dazu anschauen. Oft ist es so, dass alleine auf Facebook die tägliche Nutzerzeit bei teilweise über einer Stunde liegt. Das bedeutet, die Nutzer verbringen auf einer Plattform wie Facebook über eine Stunde ihrer Zeit, konsumieren dort Videos, Inhalte, Bilder, schreiben mit ihren Freunden, Bekannten und sie können halt diese Plattform selber nutzen, um eben ihre Profile anzulegen und dort regelmäßig auch Inhalte einzustellen und das Ganze dann zusätzlich, sage ich mal, mit Werbeanzeigen auch noch zu steigern. Da gibt es natürlich weitere Strategien, die jetzt den Rahmen von so einem Video sprengen würden. Aber Sie sollten sich halt angucken, gibt es von mir Profile, tue ich in diesen Profilen regelmäßig Stellen auch veröffentlichen, spreche ich da auch meine Mitarbeiter an, dass sie mir da folgen, dass der Kanal, sage ich mal, auch weiter wächst und das sollten Sie definitiv auch direkt umsetzen. Kommen wir nun zum nächsten Punkt. Da geht es darum, dass Sie einfach Ihre Arbeitgebermarke aufbauen, das Thema Employer Branding halt annehmen. Das ist, was ich schon zu Beginn gesagt habe, dass Sie halt anfangen, das Thema Bewerbungen oder Mitarbeitergewinnung halt auch als Investition anzusehen, dass Sie halt sich da auch ein Image über die nächsten Jahre aufbauen können, wenn Sie eben online präsent sind, wenn Sie das bei Ihren Mitarbeitern kommunizieren, wenn Sie auf Social Media präsent sind, wenn Sie auch vernünftige Bilder, sage ich mal, auch erstellen, die eben zu Ihrem Beruf passen, die auch zeigen, was eben das Berufsfeld auch ausmacht und dann werden Sie sehen, dass Sie dadurch halt ein Image aufbauen, was sehr positiv ist und einfach dazu führt, dass Sie eben mehr Bewerber auch gewinnen werden. Dann zum siebten Punkt, da geht es darum, Ihren Bewerbungsprozess zu optimieren. Das bedeutet, dass Sie sich einfach anschauen, kann sich ein Bewerber wirklich innerhalb von wenigen Minuten auch bei mir bewerben. Ist es einfach online möglich über Smartphones, Tablet, den Laptop? Gibt es dort Schwierigkeiten? Ist es für alle klar definiert? Weil wenn Sie immer noch Bewerbungen irgendwie per Post oder vielleicht per E-Mail oder auch nicht ganz definiert bekommen, dann ist es halt schwierig für Sie oder auch für den Bewerber, sich da wirklich vernünftig bei Ihnen zu bewerben. Weil viele bewerben sich ja auch jetzt vor allem bei so einer schnelllebigen Zeit, möchten das halt sehr einfach haben und da sollten Sie es den Nutzern letztendlich so einfach wie möglich machen, dass sich ein Interessent, ein Bewerber auch schnell bei Ihnen bewerben kann. Dann kommen wir allgemein zum Aspekt, dass Sie auch anfangen, ja handwerkliche Bedrufe oder Industrieberufe auch attraktiv zu gestalten. Das bedeutet, sowohl mit den Vorteilen, die zu kommunizieren und vor allem auch mit Bildern, Videos zu untermauern. Das bedeutet, Sie können ja gerne mal einen Fotograf engagieren, der einfach mal im ersten Schritt Fotos aus Ihrem gesamten Unternehmen macht. Das heißt, zeigt, wie die Produktion aussieht. Natürlich müssen Sie jetzt hier keine vertraulichen Daten zeigen, aber zumindest mal zeigen, hey, so sieht es aus bei uns. Das gibt es für Maschinen, so sieht ein Produktionsalltag aus. Vielleicht auch mal Mitarbeiter zeigen. Viele werden sich da auch bereit erklären. Natürlich wäre die beste Stufe, dann auch Videos zu produzieren, wo wirklich ein Mitarbeiter dann auch erklärt, was er bei Ihnen alles macht. Es kann auch sehr schnell, sage ich mal, einfach mal überhaupt mit dem Smartphone von Ihnen selber geschossen werden und kann man dann im Zuge in den nächsten Jahren auch immer weiter professionalisieren. Aber dass Sie einfach auch für Ihre Karriereseite, für Ihre Stellenanzeigen, für Ihre Social-Media-Profile einfach vernünftiges Bildmaterial haben, was man dann einfach für die Bewerber auch nutzen kann, um diese Berufsgruppen auch attraktiv wiederzumachen und zu zeigen. Zum Nendenpunkt, da geht es darum, dass Sie natürlich selber anfangen, auch Azubis auszubilden. Ganz klar, auch über Schulen eben, ja, dort präsent zu sein, in Ihrem Ort präsent zu sein, eben Bewerber auch dort abzuholen, wo Sie tagtäglich zur Schule gehen, in die Unis, dort zu gucken, was kann ich denn für Vereine sponsern, was kann ich allgemein auch für lokale Themen auch angehen, um eben kurzfristig, ja, jungen Bewerbern, die Firma präsent zu machen, das Arbeitgeber-Image da auch zu pflegen und da einfach weiter voranzukommen. Dann zum zehnten Punkt, da geht es zum Thema auch Quereinsteiger. Das bedeutet, zu überlegen, es gibt ja bestimmte Berufsgruppen, die vielleicht verwandelt sind. Also ich kenne viele Unternehmen, die auch mit uns arbeiten, die angefangen haben, ihre Produktion, weil es eben auch sowieso, sage ich mal, nochmal komplett eingelernt werden bei Ihnen. Vielleicht, wenn Sie eine spezielle Dienstleistung oder einen speziellen Service oder bestimmte Schritte auch machen in der Produktion, kann es ja sinnvoll sein, eben auch zu schauen, aus welchen anderen Berufsgruppen kann ich denn vielleicht Fachkräfte auch gewinnen. Um Ihnen da mal ein paar Beispiele zu nennen, vielleicht aus dem Bereich der Kfz-Werkstätten, vielleicht aus dem Bereich des Handwerks, also irgendwelche, ja, typischen Bauunternehmen, wo Sie vielleicht Fachkräfte finden können, vielleicht ähnliche handwerkliche Berufe, die Sie da auch als Quereinsteiger erreichen können, weil damit erhöhen Sie einfach, ja, die Anzahl an möglichen Bewerbern von Ihnen, steigern das Ganze und können da vielleicht eben auch vernünftig mit Quereinsteiger bestimmte Produktionsschritte ja auch so weit ablaufen lassen, dass es eben auch ohne, ja, jahrelange Vorerfahrung möglich ist. Natürlich wird es immer Stellen geben, auch in der CNC-Abteilung oder wenn Sie irgendwie, ja, Programmierkenntnisse brauchen, wo Sie halt Leute haben mit Expertise, aber die können Sie über die anderen Schritte, die ich Ihnen genannt habe, dann genauso erreichen. Kommen wir nun zum letzten Punkt. Da geht es darum, einfach anzufangen, in Ihrem Kopf festzustellen, dass Sie auch vor allem wechselwillige Mitarbeiter, die vielleicht in anderen Betrieben aktuell arbeiten, auch erreichen möchten und in dem Fall dann bei Ihnen als Bewerber gewinnen möchten. Weil es natürlich oft so, dass es bei gewissen Berufsgruppen, vor allem in der Industrie, wenn Sie viel Wettbewerb auch in der Region haben, schwierig sein kann, halt junge Fachkräfte da auch wirklich zu erreichen, auch als Bewerber zu gewinnen. Aber dann können Sie ja die Bewerber erreichen, die eben aktuell in einem Betrieb arbeiten, in einem Nachbarort oder bei Ihnen in der Industriegegend, dort unzufrieden sind, weil sie sich nicht wertgeschätzt fühlen, weil vielleicht die Arbeitszeiten nicht gut sind, weil sie sich irgendwie, ja, in ihrem aktuellen Arbeitsumfeld nicht wohlfühlen und die dann eben über die Schritte, die ich jetzt vorher genannt habe, über ihre Karriereseite, über die Online-Stellenanzeigen, über Social Media vor allem, also über die Plattformen, die eben diese Leute tagtäglich auch nutzen, erreichen können und dann eben als Bewerber wieder bei Ihnen gewinnen können, indem Sie zum Beispiel auf Social Media bei dem Bewerber auf dem Smartphone auftauchen, der immer wieder sieht, was Sie für ein toller Arbeitgeber sind, Sie das Ganze mit vernünftigem Bildmaterial auch untermauern können mit Videos, der sich das vielleicht ein paar Mal, ja, anschaut, dann feststellt, ja, ich bin doch irgendwie unzufrieden, unzufrieden, ich würde gerne, ja, hier ein Vorstellungsgespräch mal bei Ihnen machen oder mal schauen, was Sie wirklich konkret zu bieten haben und dann eben bei Ihnen als Bewerber zurückkommen. Also so einfach kann es wirklich heutzutage sein, eben junge Bewerber da auch zu gewinnen. Und natürlich weiß ich an der Stelle, dass es vielleicht bei Ihnen, wenn Sie gerade mittelständisches Unternehmen sind, irgendwie zwischen 50 und 200, 500 Mitarbeiter haben, auch schwierig sein kann, eben Leute auch aufzubauen, die eben diese ganzen Punkte, die ich Ihnen jetzt gerade genannt habe, auch für Sie implementieren können. Das heißt, Erfahrung haben, Social Media, wissen eben, wie man Anzeigen schaltet, wissen, wie man Karriereseiten aufbaut, wissen, welche Vorteile eben dazu führen, dass ein Mitarbeiter sich bei Ihnen bewirbt. Und wenn Sie halt das in einem kompletten System haben möchten, das eben wirklich es schafft, bei Ihnen ja Ihre handwerklichen Berufe wieder attraktiv zu machen, das eben schafft, ja, dass Sie nicht mehr verzweifeln müssen bei dem Thema, gibt es überhaupt noch junge Leute, die eben bei Ihnen in der Produktion oder in Ihrem Industrieunternehmen arbeiten möchten, sondern es schaffen möchten, einfach ein attraktiver Arbeitgeber zu werden, der immer wieder regelmäßig qualifizierte Bewerber für Ihre Stellen da auch anzieht, dann kann ich Ihnen nur unser kostenloses Erstgespräch empfehlen. Da wird sich einer unserer Experten bei Ihnen melden und gemeinsam herausfinden, wie wir eben Ihre Berufe wieder attraktiver machen können und vor allem die richtigen qualifizierten Bewerber für Ihre offenen Jobs erreichen können. Das war's mit der heutigen Episode. Lassen Sie gerne ein Abo da, empfehlen Sie unseren Kanal weiter, schauen Sie gerne auch auf unserem Podcast vorbei, Digitale Kunden- und Mitarbeitergewinnung mit System. Da finden Sie weitere spannende Folgen, die Sie sich bei der Autofahrt auch anhören können. Das war's mit der heutigen Episode. Ich hoffe, ich konnte Ihnen das Thema näher bringen, dass Sie jetzt nicht mehr daran glauben, eben dass es unmöglich ist, ja, noch Bewerber oder Fachkräfte auch für handwerkliche Berufe zu finden. Das war's mit der heutigen Episode. Machen Sie es gut, Ihr Arnes Kafka.